So, wieder da bei Matrix 2 und wir sind immer noch hier unten gefangen. Na, gefangen würde ich so jetzt nicht sagen, aber... Ich tu mir... äh, ich tu... Toll. Es ist schwierig wirklich, Freunde, es ist... Ich hab'n Krümmel in der Träute, das sieht schon schlimmer. So, der letzte Teil ist auch ein bisschen kurz geworden, wie ich festgestellt habe. Na, Samus. Ah, ich hasse diesen Sprung. Der ist genauso schlimm wie der Walljump in den anderen Madri-Teilen. So, na. Wieso hört die Frau sich mittendrin aufzudrehen? Da. Ich drück' weiter und sie hört auf. Danke. Danke. So. Wenn wir uns jetzt theoretischerweise hier zum Ball machen... Ha, 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 ha. Genauso hab ich mir das vorgestellt. Hä? Okay, da komm' ich nicht dran. Äh. Schnell weg. Na! Also, das kann jetzt wohl nicht wahr sein. Wo geht's hier hin? Was ist hier? Was ist hier? Was ist... Ah, ha, 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 ha. Ich blib aus. Ein Energie... Äh? Ein Energie... Tank! Wieso ist denn die Musik jetzt so... Hä? Hä? Was? Da, 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 da. Ah. Ah. Freunde, ich liebe diese Melodie. Ich liebe sie einfach. Ah, okay. Jetzt komm' ich hier raus und hier zu meinen Missiles. Jawoll! Nein, wie ist das geil. Okay, hier komm' ich nicht raus. Das heißt, wir müssen hier wieder zurück. Hier hoch, da runter. Ach ja, natürlich. Hä? Hä? Moment, wie komm' ich denn jetzt hier wieder... Nein, 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 nein! Ja, 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 ja! Sehr gut, und jetzt, äh, hier raus. Ja, ja, sehr gut. So, dann können wir jetzt hier raus. Hier, Runger. Zack! Okay, hier ist nix. Gibt's hier irgendwas? Da gibt's nix, und da gibt's... ...auch nix. Gut, dann kann ich kreuzen. Das und das. Und wir sind hier. Ja, entschuldigt, Freunde, aber... ...ich habe wirklich ein Krümel in der Troll. Das ist nicht, äh, schön. So, was gibt's hier? Das sieht mir ganz danach aus, dass hier irgendwo... ...das Metroid-Duplikat auf mich wartet. Oh, ich hab Angst, ich hab Angst. Da ist es. Hä? Oh, das ist wieder so ein Vieh. ... ... ... ... ... ... Bäm! Was, das war's schon? Was ist das? Okay. Was, hier geht's nirgendwo weiter? Das ist alles? ... Das ist wirklich alles, Freunde. Toll. Aber wieder ein Metroid weniger. So. Ach, diese Melodie. Nein, ich... Oh, Samos. Ja, immer wenn du... ... ...num, mach dich doch wieder zum... Na, aah! Na! Wie kann es denn so schwierig sein? Hep und heb und heb. Och. Freunde, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Also, das ist echt ein dicker Minuspunkt hier in diesem Spiel. Die Steuerung. Und dieser futzelskleine Bildschirmausschnitt hier. Also, das hätte man wirklich ein bisschen besser machen. Oh nein, jetzt muss ich hier wieder komplett hoch. Ja, ich muss hier komplett hoch. Geht es hier nirgendwo rein? Hier rein vielleicht? Hier eine Bombe legen? Nein. Ach. Na, hallo! Spring doch mal richtig hoch! Wieder zurück, wieder zurück. So, dann können wir uns hier oben hinstellen. Tja, wie ist das jetzt hier? Ich mach's mir einfach. La, 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 la. Ja. Okay, wenn sie ausfahren, dann stürzen wir ab. Und so können wir einfach durchkrabbeln. Ist doch logisch. So. Wo kommen wir jetzt hier hin? Gibt's hier vielleicht auch noch Geheimnisse? Ich weiß es nicht. Oh, das sind die Viecher wieder. Hier oben geht's. Oh, immer weit. Ne, doch nicht. Hier ist die Decke. Okay. Ah, was ist das? Hau ab! Nein! Ah, hab das jetzt bald! Moment, da unten gab's nix, oder? Ich guck nochmal. Diese ganzen Sandbänke hier, die sind mir irgendwie suspekt. Geht's hier denn nirgendwo weiter? Nein. Da auch nicht. Okay, wir haben gespeichert, Freunde. Da ist auch nix. Oh. Aber wir haben noch diesen anfrierenden Effekt. Das ist gut. Natürlich! Ja, und hier denke ich mir, irgendwo... Hallo. Wieso geht's hier nicht weiter, Mann? Oh, was ist denn mit der Melodie los, Mann? Ja, Freunde, ihr seht... Irgendwie... Kleiner Roboter. Geht's hier unten vielleicht weiter? Nein. Hier. Da auch nicht. Nein, da auch nicht. Da auch nicht. Tja, und da auch nicht. Da oben auch nicht. Ja, und hier... Ja. Ha, ha, ha. Ha, ha. War nicht schlecht. Ha, ist das geil geskriptet. Tja. Hier unten, das ist, weil es halt immer wieder dieselben Räume sind. Ja, man muss die Bombe auch wohl ganz genau legen. Ja. Ja, hier geht's nirgendwo weiter. Nein. 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 Toll. Super. Klasse. Dann darf ich den ganzen Weg jetzt wieder zurücklatschen. Aber ja, kann ich mich gut auffüllen. Das ist nicht gut. Toll. Ach. Drecksviecher. Na, ist es etwas. Sie geben gute Energie ab, das muss man sagen. Ah, Samus. Spring. Bitte. Mach deinen komischen Saltosprung. Ich hasse die Frau dafür, dass die so einen Scheiß hier jedes Mal macht. Ah, nein, das war... Ja, genau. Geht's hier weiter? Ja, da unten. Ah, nein, wieder ein Madrid. Jetzt, äh... Übertreiben Sie es aber hier irgendwie. Kann das sein? Hallo, hallo? Ich feuer hier die ganze... Cool, ich kann die kaputt schießen jetzt. Das ist ja geil. Okay, da oben ist nix. Oh, was ist mit der Melodie los? Bah, was ist das? Das mag ich aber mal gar nicht. Bah, ist das ekelhaft. Und das mit diesem beschissenen Saltosprung. Ah! Okay, so kann man's auch machen. Ah, wo gehen wir hier hin, Mann? Was ist das? Was ist denn das? Hab ich die jetzt... Ah! Er kommt wieder hinterher. Okay, wir können ihn wohl nicht kaputt machen. Da ist noch so ein Teil. Ah! Wenn bald bin ich schneller, kann das sein. Komm her! Oh Gott, dieses Geräusch. Okay, dann bleibt uns wohl nur das hier übrig. Oh, da geht's auch direkt schon... ...nicht hoch. Ah! Ich hasse das. Aha, wusste ich's doch. Na, geh da hoch. Wo kommen wir hier hin? Wo bin ich hier, Freunde? Wo bin ich? Na! Okay, da kommen wir da hin. Wo sind wir? Ah! Oh, wieder nur ein kleines Alpha. Komm her, du kleine süßes Ding. Bums. So, Moment, wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Ah! Ähm. Okay, Alpha hab ich. So. Nein, nicht die Raketen. Ist so wahnsinnig. Wo geht's hier hin? Das ist ja echt zu groß, dieses Level. Oder überhaupt dieses ganze Spiel. Ah, ein Ener! Ich hab ihn gesehen! Ich hab ihn gesehen! Ah, ich flipp aus! Wie komm ich jetzt? Moment. Ah, so, okay. Ah, ha, 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 ha! Ja! Geil! Wie viele Energietanks gibt's hier eigentlich? Eins, zwei, drei, fünf. Fünf müsste es geben. Ich hab meinen dritten Energietank, Freunde! Boah, ist das geil! Okay. Ist hier noch irgendwas? Jetzt bin ich, jetzt bin ich gierig. Nein. Ach so. Zack und zack. Zack und zack. So geht's ein wenig schneller. Hä? Na, da oben ist nix, oder? Nein. Okay, super, super, super. Jetzt grasen wir hier oben. Ah, da geht's auch rein. Und wo kommen wir hier hin? Hä? Moment. Ach du liebe Zeit, wo geht's denn hier noch überall hin? Hä? Wieso geht's hier nicht weiter? Okay, gehen wir mal oben rum. Okay, da sind wir hier. Toll. Da geht's nirgendwo mehr rein? Nein. Okay. Da irgendwo vielleicht? Nein. Hier. Auch nicht. Ja, dann bleibt uns jetzt hier noch das Ganze zu erkunden. Ja, und hier sind wir wieder. So, Freunde. Und hier sind wir auch am Ende des Teils angekommen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Also, bis dahin. NRW bei 18 Adieu.